ach so ich hab doch gehabt schon wieder ich schreibe noch im channel und will dich noch als random killer hier dieses ding ich habe es aber auch nicht gefunden denn jetzt mal wo ich später war das ist ganz unten links das hat nur ja okay vor allem das geile ist ja ich habe euch aber nicht mehr gefunden du hast auch nichts mehr gesagt irgendwie gesprochen ich bin alle sind gut wie viel vokaler was wie viel karte hat ihn ausland 42 die antwort ist sicher ja 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 ich bin twitter ich bin der ttc ich habe euch dafür töten aber ich war zu auffällig ja sollte ich kann es ja gerne wieder einmal explodiert ich will der handy geben kommt da steht darf ich zuerst du hast doch zuerst gefragt aber ich habe zuerst gesagt das gefühl da ist es ja aber ich habe mir so ganz komisches gefühl gerade wieder hat das folgt mir so ganz komisch dass ich war noch im raum und du schießt drauf los ja auf der fußbohle dann bin ich abgehauen ja ja genau auf die füße hast du geschossen auf dem fußboden ist die schüssel mit dir ne holzmacht ich werde machen was ich will ich schieße auf dete keinen interessiert ich schieße auf auf planet kein interessiert das ist der armer also warte darf ich dich weg machen du hast auf mich geschlossen finde ich nicht okay dann mach ich dich weg vorher he 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 ich hab das zuerst gesagt ja du hast gute Punktzahlen oder Minus deswegen also kannst du ein paar Punkte auf mal holen er schießt schon mal ne ich hab drei Punkte ich hab keine Minus ja aber das ist ja ein paar anderen ja du mach da ja okay ich bin bald schon krieg noch mehr Minus du kannst besser schielen 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 wieso gehst du denn so gebückt weil ich Angst habe weil der nahe penetriert werden ohohohohoho Alter Entschuldigung so ne Vorlage muss ich nehmen ich hätt's auch natürlich versaute ausdrücken können aber das hab ich noch mal gepflegt ausgedrückt noch ist nicht 22 Uhr ne in irgendeinem Land wird 22 Uhr sein genau also dann irgendwo auf der Welt ist immer 22 Uhr ja genau oder einer guckt jetzt nicht nach 22 Uhr zählt er schießt hier warum geschossen gerade gesagt dass einer wir lassen es bei gut auch die waffe ja das ist jetzt aber auch das schon das smoking ist man ein schluss das halte ich mal ja ja mann hier ist mir viel zu viel los also kann es nicht die ganze zeit Minus dadurch siehst du erst am Ende der nächsten Runde also Anfang der nächsten Runde siehst du bin ich jetzt vertrauenswürdig oder bin ich vertrauenswürdig wenn ich Traitor ist, hätte ich mich gewehrt hättest du nicht jeder der innocent ist jeder der innocent ist schießt auf die Hidden Station so aber jetzt lass mal ein bisschen verteilen damit es für die Traitor einfacher wird weil alle auf dem Haufen hängen kann dann nicht loslegen das dauert ja aber es geht müsste man der Traitor in C4 da dran blenden was soll ich machen wie soll ich das denn machen weil ich Traitor bin und mein Kollegen kenne jetzt schenkt ja schon wieder damit dann deswegen bad boy soll ich anfangen ja ja klar na blattig mein schnucki ah jetzt ist es nicht mehr Gizmo immer noch nicht kaputt ja ja wenn Gizmo weg ist bin ich es weiß er braucht immer mehr Satz da hinten leuchtet was ist denn das da hinten hat jemand geschossen da runter gehe ich nicht so gut bin ich nicht in die Todesfalle gehe ich nicht doch mal die empfiehle ich ja noch hier äh die haben 16 Atta nicht töten Atta nicht töten Fladdig Fladdig nicht töten Fladdig oder Atta oder ja Atta kanns auch gewesen sein ne he er hat sich jemand weg teleportiert äh er hat sich jemand teleportiert dashed ne ich glaub ne das ist Batboy ich glaub ne das ist Batboy er draußen jedenfalls ja wo da ah bladdig war's bladdig war's bladdig war auf hierbei in Twitter ja der ist jetzt tot wen hat denn der gekillt oder oh guck mal oder Atta ist tot Atta ist tot ok wer hat die Granate geworfen Black Soul oder Black Soul oder jörg nicht boah ich kanns nicht sagen das war ja seit ich für ein gerücht ja das war ja der black kann es nicht gewesen sein obwohl ich weiß nicht oder du bist das in das wissen ist ganz ziemlich gerne abschießen ist kein problem ist definitiv ich habe schon zu wenig punkte also ich muss punkte aufholen und der was black oder ja ja du musst das auswählen dass du diese stoppen an tracht okay ist es einmal dieses tut macht okay weil ich habe das gekauft und denke mir so toll ich bin trotzdem tot dass das jetzt das war das war kacke fünf von den sieben minuten wart ihr auf einem haufen ja das stimmt ich habe wirklich alles getan damit ich gekillt werde ich habe alle geschaffen auf kennengeschossen auf black habe ich geschossen also nicht habe ich geschossen keiner wollte mich gehen aber als dann blattisch mir so dicht auf die pelle gerückt das wusste ich dass er es war und bad boy habe ich einfach nur blind verdächtigt ich bin ein bisschen druck machen ach nee es ist es einfach mal was das ist ja gucken erst mal die leiche ja auch einmal der maus bewegt sich nicht mehr so richtig aus warum ist die leiche nicht was ist verdächtiger grund ich weiß nicht wie man die identifizierte ja und sonst ja musst du angucken oder mit e drücken ja ja wirklich weil kennen ist nicht gerade hier gespawnt das traiter der dringer war schon knapp muss ich sagen ja und da wenn du gedrückt hast du bist im menü von dem drücken ja dann bist du tot weil ich alle weggemacht habe nein wenn dann geht dann wurde er ne ich war kein traitor black soul ist diese die so ja haben wir schon mal kennen der war zu offen geschossen ja was ey ich spawne und jatter haut mich haut mich um als detektiv ne ich hab dich nicht umgehauen was ja ich hab alle umgehauen ich hab alle weggemacht ich war traitor von der seite werde ich angeschossen ja von mir mit dem er ja aber ja aber ich war nur der tringer oder was aber ich habe ja ich habe kennengeschossen irgendwie aber ich habe kein auch obwohl der gerade immer wieder im tag gehabt aber ich habe nicht getroffen oder hast der mit der modus aber schaden gekriegt gehabt ich hatte einer p dann bin ich nicht gestorben dann bin ich klug und dann war ich dann bin ich noch mal rausgekommen die runde hat begonnen so traitors ich war einmal traiter das ist mein spiel spielen leute ey die gibt es aber nur diese scheiß diegelwaffen ne die sind einer der besten waffen in dem spiel hallo ja hallo darf ich den helder geben darf ich den helder geben nein dafür nicht geh weg von mir bad boy bist du traitor? ich knall dich ab bist du traitor? Bist du traiter? was zum geil? warte gerade du warte gerade du hae ich knall dich wirklich ab ich knall dich ab alter bist du traitor? ja ich sag auch selbst wenn keiner wäre lang hast du gerade ja gesagt? ja er hat ja gesagt knall ihn ab worum bist du öfter? kennengeschön traiter knall mich ab wenn du karma punkte riskieren willst ist das ok atta bist du traitor ich bin ohne waffe und der traitor gilt mich gleich und das geht auf einen also er hat gesagt er ist traiter als darf ich eigentlich weg machen oder das war ein geständnis wieso solltest du dich deswegen weg machen du hast gesagt wie ich weiter bist wir haben 6 6 traiter hier minimum mit sicherheit gerade der detektiv ist nicht in ruhe das war der ja du bist mir gleich ein header geben wenn ich gegen die wand ziele soll ich den header geben ja weiß man nicht guck jetzt ja da habe ich vertrauensprobleme zu detektiv und zu yata habe ich auch gerade vertrauensprobleme warte mal jetzt siehst du mich ich zähle nicht jetzt nicht ich kann einfach ist das weg machen ja ganz auf jeden fall wurde gerade geschossen erschossen ich kann nicht erkennen wer es war darauf ist jetzt ein bad boy dort der ken hat auf eine kiste geschossen ey mein traiter kollege deckt mich voll gut ich habe auf nichts geschossen wo liegt denn die leiche atta ist traiter wo er sich teleportiert atta ist detektiv verdammt genau deswegen fällt die traiter so bist du traiter ja echt ja hier happy birthday alles gute zum traiter tag warte bleib stehen blick du stehst du vor mir das war so geil aus gerade was war das atta ist traiter naja nicht schon wieder du wer ist das ähm die beiden traiter sind die verstecken da irgendwie eine leiche oder sowas boah dennis ist ein sniper wollen wir tauschen ja warum dennis wollen wir tauschen ich bin ein sniper ja dennis please give me the sniper warum ich wusste eh nicht danke dennis ich weh du bist traiter schick dann hin ich wusste und das läuft eh nicht also ach die tür geht hier gar nicht auf ich habe gerade die gegründet hallo dennis ach der hat ja er bringt das schutzende dreimannmesser mit ich muss mich immer wegschubsen kann man die scheiben hier eigentlich wegschießen mit der pistole nicht die außenscheiben okay kannst du aber mich schießen wer hat da geschossen wer hat da geschossen ja geschossen ich habe nicht geschossen doch oder wer ist der andere hier ne ich habe gegen die scheibe geschossen ich habe nicht geschossen wer hat da nicht geschossen wenn du dich geschossen waren aber kannst kennen und dann ist nichts gewesen sein war die ja was ist das denn gewesen jetzt ich weiß doch nicht ob du hier auch warst Ich hab hier gerade Kaffeekränzchen. Ich pflücke Blumen. Ich glaube das sind Yata und Ken. Wenn Yata, Traitor wäre ja hinterher schon losgelegt. Es sind doch alle am Leben. Ach komm Traitor, ich geh jetzt mal weg. Du weißt, dann kannst du mich hinterherrennen und mich wegmachen. Slack, warum hab ich so full health? Ich hab schon die ganze Zeit vor der Hälfte oder so. Ähm 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 äh äh. Aber ich denke aber auch, dass Black ziemlich verdächtig ist. Ach komm jetzt Leute, einer muss doch jetzt mal jemand wegmachen. Ja jetzt sind wir wieder in einem Hubel, das wird sowieso wieder nichts. Komm ich geh jetzt weg, okay? Ich geh jetzt zu Bleddick. Nichts zu mir, nein! Bleddick komm. Er schießt auf mich. Bleddick mach ich weg. Bleddick mach ich weg. Bleddick schießt auf dich? Nein, Bleddick schießt auf mich. Was? Bleddick hat auf mich geschossen. Bleddick hat auf mich geschossen. Nee. Ich wollte schon sagen. Hey, was soll das? Das war überhaupt kein Verdacht, ganz ehrlich jetzt. Hm. Bleddick schießt auf mich. Aber wie ertappt sich bad gefühlt hat, äh äh gefühlt hatte. Bleddick ist Traitor. Knall mich ab, wenn du Karma verlieren willst. Dennis soll ich riskieren und dich wegmachen. Dennis, bist du ganz ehrlich, bist du Traitor? Ja, du schießt hier wild rum. Nein. Ganz ehrlich. Bin ich nicht, nein. Ganz ehrlich? Ja, was soll ich denn auch was zu nein sagen, ne? Ja, ich bin. Gut. Nein, Stalker. Bleddick komm zu mir. Knall dich alle gegenseitig ab. Und dann krieg ich einen Headshot. Okay, komm. Nein. Also, ich hab gesagt, dass es black ist. Und bad, äh, hab ich übrigens gekillt und als Erklärung. Weil er, lass mich doch mal da durch. Weil er immer näher gekommen ist und auf mich gezielt hat und... Er ist immer näher und näher und näher gekommen. Er ist einen Schritt näher gekommen und... Er ist einen Schritt näher gekommen und... Ja, mach den jetzt hier wen weg. Töne Schüsse. Und dann muss er zielt auf mich gleich bitte weg. Ach komm. Bleddick, Bleddick, Bleddick. Und natürlich die Aussage von Bleddick, dass er ihm, äh, das Anschluss wurde von ihm. Töne ich mal bitte alle in der Reihe auf, ich möchte schauen wie, wie viel, wie viel Einschuss ausfällt. Was der Ata. Bleddick, 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 Bleddick schießt doch nicht. Das ist so komisch. Ja, ja. Ich bin komisch. Ja, ohne, ohne einen Schuss abzufeuern. Ja, ja. Lass mich in Ruhe kennen. Bleddick schießt auf mich. So, der Traitor sollte man anfangen. Bleddick, Schießt auf mich. Bleddick, Schießt auf mich. Bleddick, Bleddick, komm, schießt auf mich. Du bist Traitor. Nein, das ist Black, kein Traitor. Oh, wer war's? Black? Ja, genau! Knallt der mich noch ab? Ey, was soll das denn sein? Du hast gesagt, dass du kein Traitor bist. Das finde ich nicht. Hört doch mal einfach auf mich. Ich sag euch immer an, wer der Traitor ist. So, letzte Runde für heute. Ich sag, jedes Mal sag ich euch an, wer der Traitor ist. Ey, wird keiner zu. Okay, pass auf Atta. Ich mach jetzt diese Runde, was du sagst. Gut. Ich spring hier auf den Berg runter. Atta ist Traitor. Oh, ich hab ne Shotgun. Oh, verdammt. Ich sag mal Spaß, ich bin Deto und ich bin Deto. Ich könnte Hellseher werden. Der ist ein richtiger Deto, ey. Atta. Ich tu, was du sagst, wie gesagt. Sag mal wer, dann schuldig das und ich töte ihn. Kill Bleddick. Nein! Ey! Lass dich von Bleddick killen. Okay. Bleddick mach mich mal weg. Okay, warte. Ey, gut. Atta, Atta hat gesagt. Atta, Atta kriegt. Und die Atta darf dann Black killen. Hä? Ey, komm. Wo ist denn jetzt hier mein Kollege? Und Bad killt dann einfach mal Ken. Okay. Hä, Bleddick soll mich doch töten. Ich, ich, ich muss doch Ken töten. Ken ist... Achso, ja. Bist du Traitor? Bist du Traitor? Bist du Traitor? Bist du Traitor? Ja, ich bin Traitor. Ich bin Traitor, mach ich weg. Gib mir den Headshot. Los! Das gebe ich dir eigentlich. Ich hab keinen Headshot los. Ich hab gerade mal 8 Punkte. Der nächste Sitz. Komm, der nächste Sitz. Gib mal Schluss. Nee, nee. Ich hab 8 Punkte. Ich hab keinen Bock noch mehr zu verlieren. Ja, ist ja egal. Komm, mach mich weg. Darf mir den Headshot laufen, du. Hey, Bleddick. Du musst mich töten. So. Ich finde... Ich finde, dass ihr euch jetzt alle gegenseitig mit der Crowbar auf die Ferse raus habt. Und wer stehen bleibt, wird von mir erschossen. Aber wenn das Traitor da noch überleben sollte. Ich bin dafür, dass wir Arthur wegmachen. Damit er keine behinderten... Keine behinderten Comments mehr ausspricht. Gut. Dann schieß. Ja. Das Spielchen kommt nicht nochmal. Au, Bleddick ist ziemlich... Ah, äh... Ne, tot. Nein. Hat er es jetzt selbst gut gebracht? Hat er es jetzt selbst gut gebracht? Ja. Ne, ne? Was... War bestimmt dein Traitor-Kollega? War das geregstreich gerade auf? Nein. Ja. Guck. Du bist doch sein Traitor-Kollega. Ja, genau. Du rennst jedes Mal so im Kreis an mir. Merkst du das? Ja. Du bist kleiner Traitor. Du machst mich nervös. Du bist Traitor. Ich will einen Deathpringern haben. Bly boiler Grace Bad Bois, bad Bois... What you gonna do. What you gonna do sonst... Ah, das ist schon gescheuert, dass man die Scheiben hier nicht einschließen kann. Mit so ner Kanone. M maiorerاع drunter Winter Soi. Was war das denn? De.. Adela, war das... Warst du das? Was denn? Die Schüsse gerade. Was für Schüsse? die schüsse es lebt noch ich glaube ich weiß wer die beiden schütter sind ich auch bad boy ja weil bad boy hat sich nämlich vorher aufgeregt darüber dass er sich selbst und dass ich den ganzen gerade selbst umgebracht hat ich hab mich darüber auf doch hat ja hast du oder mit so einer leicht angenervten stimme ja so scheiße mein traiter kollege ist ja voll das war die stimmlage selbstverständlich habe ich mich wieder aufgeregt darf ich ihn weg machen wo er ist traiter warum hat sich vielleicht selbst umgebracht weil er keinen Bock auf bad als traiter kollegen hat ja genau du bist wahrscheinlich sein kollege weißer schweine und dann sagt er das du bist traiter vor allem du verfolgst mich die ganze zeit du bist 100% traiter klar verfolge ich dich so als weise vom detektiv kennen und black dürft sich duellieren bad boy ist doch glaube ich so ist es nicht bad boy schießt mich an alter du hast keiner als mich anzuschießen das ist voll scheiß doch das war mein grüß ich hatte den katt deck der dränger und dachte der gibt mir wieder ein bisschen leben wenn ich krepieren aber das ist kein grund mich anzuschießen ich habe überhaupt nichts gemacht vor allem habe ich mich auch nicht aufgeregt so das war jetzt wieder eine runde auf ttt und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder macht's gut tschau tschüss